Die biblische Allversöhnung ist kein Universalismus Eine Allversöhnung aller Glaubensgemeinschaften der Welt ist biblisch unmöglich. Der einzige Weg zu Gott ist und bleibt Jesus Christus. Keine andere Religion, keine Philosophie und keine Ideologie, vermag es, den Menschen Gott näherzubringen. Der unbiblische Universalismus ist diabolisch und muss entschieden abgelehnt werden. Eine biblische Allversöhnung kann deshalb nur durch Jesus erfolgen, d. h. in der Anerkennung und im vertrauensvoll dankenden Empfang seines auf Golgatha für alle, ausnahmslos für alle Wesen erbrachten Opfers, seien sie im Himmel oder auf der Erde. 1,20 Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. 2,20 Und durch das Blut 3,20 Und durch ihn, sei es, was auf der Erde. 2,20 Und durch ihn, sei es, was auf der Erde der Erde. 3,20 Und durch ihn, sei es, was auf der Erde. Vielen Dank.